Videoüberwachung rund um die Uhr. Egal, wo Sie gerade sind, die DCS 933L. Dank der MyD-Link-Technologie ist die Einrichtung kinderleicht. Mit der schrittweisen Anleitung ist Ihre Kamera innerhalb weniger Minuten einsatzbereit. IP-Kamera gleich Webcam? Falsch. Eine Webcam muss an einem eingeschalteten Computer angeschlossen sein. Die IP-Kamera ist ein eigenständiges Gerät, das nicht an einem Computer angeschlossen sein muss. Mit dieser Kamera haben Sie jederzeit im Blick, was Ihnen wichtig ist. Über einen Computer, ein Smartphone oder einen Tablet-PC. So können Sie sehen, was gerade in Ihrer Wohnung, im Büro und im Kinderzimmer los ist. Nutzen Sie die Aufnahmefunktion und lassen Sie sich per E-Mail benachrichtigen, wenn ein Geräusch oder eine Bewegung erkannt wird. Mittels der Nachtsichtfunktion kann die Kamera sogar bei völliger Dunkelheit sehen. Was ist MyD-Link? Die Installation und Einrichtung einer Netzwerkkamera ist oft sehr kompliziert. IP-Adressen, DNS einrichten, Ports im Router freigeben. Mit D-Link geht es ganz einfach. Jetzt können Sie in wenigen Schritten Ihr eigenes Videoüberwachungssystem installieren, ohne monatliche Gebühren oder kostenpflichtige Zusatzleistungen. Legen Sie die CD in Ihren Computer ein. Der Einrichtungsassistent führt Sie Schritt für Schritt durch die Installation. Mit einigen Klicks ist Ihre Kamera installiert und konfiguriert. Zum Schluss müssen Sie sich nur noch im MyD-Link-Portal anmelden und schon verfügen Sie über Ihr eigenes MyD-Link-Videoüberwachungssystem. So wissen Sie immer, ob zu Hause, mit Ihren Kindern, Ihren Haustieren oder auch im Büro alles in Ordnung ist. Die Kamera lässt sich über Wireless N in Ihr Netzwerk einbinden. Zusätzlich können Sie sie als Repeater einsetzen, um ein schwaches WLAN-Signal zu verstärken. Greifen Sie online auf die Bilder der Kamera zu, Tag und Nacht, rund um die Uhr, egal wo Sie gerade sind, über PC bzw. Mac oder mobil über iPhone, iPad oder Android-Geräte. Laden Sie einfach die kostenfreie MyD-Link-App vom App Store oder von Google Play herunter. Cloud-IP-Kameras von D-Link wie die DCS933L verfügen zudem über Zoom und über ein integriertes Mikrofon. Cloud-Tag- und Nacht-Kameras nehmen auch bei völliger Dunkelheit auf. Sie sind nicht da und es wird eingebrochen? Richten Sie sich eine E-Mail-Benachrichtigung ein, wenn die Kamera ein Geräusch oder eine Bewegung erkennt. Der E-Mail wird das entsprechende Bild angehängt, sodass Sie gleich wissen, was los ist. Wenn Sie Ihr eigenes, günstiges Überwachungssystem für zu Hause einrichten möchten, nutzen Sie die Lösung von D-Link. Untertitelung des ZDF für funk, 2017